hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge 1119 auf der Hofbergwand. So, wir fahren mal schnell zurück zum Shop. Da ist das ganze kleiner Datsch hier, wenn du kurz das Bild hier rüber über die Ecke. Und zack, bumm. Der nicht viel ausreicht. Ob ich das jetzt gebuckelt irgendwo spürt, er ist ein Puschigal. Jetzt momentan. Freilste Kumpf, denn alles werden ich's nie. Zum ersten mal hängen wir das Ding ab. Und holen wir den Spaß ab. Und let's go. Das ist ein Schwaber jetzt. Jetzt geht's los. Oh, die Türen. So, fangen wir hier an. So. Ich glaube schon mal ist der Stuhl. Na, klapp schneller. Wir gehen. So, ein Pfund auf den Pfund her. So, das ist ein Pflug. Let's go! Das ist so. Das ist so. So, das ist für mich. Ich fallen zu dir. Lachen wir uns in der Zauber. Dann verdienst Front. So, 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 so. So, 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 so. So, Dillie. Das ist schonmal gut aus den ersten Eckenkanten, wie auch immer. So, die sind. So, die sind. So, die sind. So, die sind. Jetzt sieht es dir ganz gut aus, wenn du auch fabrizierst, würde ich sagen. Hierzu noch mal einen kleinen Kunster geben, ab so einen großen und bremsen Ausgeschäftschimmer. Hierzu noch mal einen kleinen Kunster geben, ab so einen großen und bremsen Ausgeschäftschimmer. So, jetzt ist es ein bisschen unkisch. Dann hast du wahrscheinlich erst gegen links und dann machst du da rechts rumgetritt. Werden sehen. Genau, so dachte ich mir das. Aber wir haben es geschafft. Aber nicht einmal hinterfahren. Weil es den Spaß einfach durch die Straße verteilt. Und dies mal nicht so haben. Waren wir da ein Schluck Erfolgreicher, würde ich sagen. Jetzt war es wahrscheinlich nur die links ins Bodenunebenheiten, nenne ich es jetzt einfach mal. A. A. ration A. So. Um noch etwas zu tun hier, braucht ihr jetzt einfach mal eine Zwischenrunde. Gucken wir mal, ob ihr schon was sieht. Nach oben so am Strommast. So. 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 aus. So ein Stückchen. So, der große Lally, da geht wenigstens was voran. Da kommen gerade mal eine Hälfte der Volke rum und sind schon in der nächste Runde. Das ist schon mal gut ab. Mal gucken, ob ich schon aufgeräumt aus. Wenn man schwarte brauche ich keine dreieinhalb Folgen. Wie es beim Mähen war. Aber wir werden sehen. Noch haben wir ein Stückchen zu machen. Mal gucken. Mal gucken, ob es schon aufgeräumt aussieht. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Man sieht schön den Flugmodus an beim Screenshot. Man sieht schön den Flugmodus an beim Screenshot. So, somit drei Viertel weg. Und noch Zeit. Wir schaffen langsam Ordnung im Feld. Das bräuchte man noch in der Presse. Das war ja auch genial. Dann hätten wir doch Presse hinterher schnitzen. Und ob wir voller mit drauf haben. So. 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 So sieht das aus. So. So sieht man fast nichts an, wenn wir schon unsere Vorzeugstelle in Follow Me aktivieren. So sieht man wieder auf jeden Spielchen mit rein geklischt hat Follow Me. oder eher nicht. In der nächsten Folge schaffen wir ein bisschen mehr dann. Weil dann fällt ja der Transfer hin und zurück wieder weg. So. 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 In der nächsten Folge. In der nächsten Folge haben wir auch Sinn. Die Syntax-Folgen werden wir einen Großteil schaffen. So. 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 So weit komme ich die Nummer rum. So. 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 kommen so auf geht's aber die nächste runde starten wir in der nächsten folge wenn es euch wieder am folgelende angekommen wenn es euch gefallen hat lasst gerne Dämpfen da und ich bin raus tschau tschau sag oder ja so Bis zum nächsten Mal.